Also was habt ihr nochmal gesagt? Ich brauche auch nochmal kurz ne Einführung, ich hab's gerade bekommen. Also ich bin rechts, okay, rechts ist gut. Äh, Moment, wer war das hier? Ich fühl euch alle sein, Alter. Leute, redet nur nicht alle durcheinander. Bitte! Also ich soll das Fass holen. Aber normalerweise schreit man sich durch die, äh, die, die Agro ab, wenn sie auf 3 Uhr geht oder so. Äh, das machen wir in dem Fall im Prinzip auch nur, dass Isilrah die, äh, Agro viel länger hält und viel schneller wieder zurückschreit. Du kannst es ja quasi, wenn du auf Stufe 4 bist oder was, halt abschreien lassen. Okay. Okay. Und, ähm, sobald's hier abgelaufen ist, die Blutung nimmt er sich halt wieder zurück. Okay. Gut. Ähm. Also wenn's nicht geht, also ich zahl die Rap-Kosten gern für alle, die da drin sind. Okay. So, ähm, dann hier TabTab schau, dass du, wenn der, wenn der Wächter Tank Agro übernimmst, vielleicht kurz weg bist. Äh, ja. Bis da eine Hitze gekommen ist und, hast du das schon allein gedenkt, den Troll auf Hauptmann? Ja, klar. Irgendwann. Ich hab das auch schon gemacht, da auf, äh, T2 Hard Mode. Aber nur, das war ID 1. Auf ID 1 sind noch nie weitergekommen zu ID 2 da mit den scheiß Mammuts, oh je. Ich glaub, den machen wir eher nicht. Würdest du finesse, würdest du finesse Ernst in Aero oder doch? Mach mal nicht Mammuts, ich hätte fix damit gerechnet, dass wir in der Gruppe noch mehr Checker Mammuts machen wollen. Aero hat ja auch irgendeinen random Sternendom-San einfach mal mit aufgenommen, warum auch immer. Na Aero? Was heißt hier random? Jetzt ehrlich, wir haben einfach irgendwie Sternendom gemacht und am Ende hast du's hochgeladen auf YouTube. Ernsthaft? Ja. Ja. Und halt, hast mich quasi durch deine editorischen Fähigkeiten als Idiot dastehen lassen. Das hab ich eigentlich bei ganzem, ich hab alle Essenzen rausgekommen. Ich hab nichts mehr drin, nicht mal physische, weil das kann ich mir mit einem sicheren Schlagwurf gelb buffen. Oh Gott, Alter, oh Gott. Nur noch Moral in jedem einzelnen Slot ins Trainer, damit er seine verfickten 100k Armwaffe kriegt. Wie viel hattest du mit dem Hauptmann? Noch 100, ne? Ja eh so viel, aber mit allem, ja. Ach ja. Hast du gesagt, wer auf welcher Seite steht eigentlich? Ja. Na ja, Pala rechts. Gut. So, dann gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns das direkt an. Also das ist ein Troll. Ähm, sieht jetzt folgendermaßen aus. Die ganzen Nahkämpfer und Baden stehen hier hinter dem Wächter mit dem Schild überm Kopf. Die Fernkämpfer und der Kundi orientieren sich an Emriel mit dem Totenkopf überm Kopf. Und wir machen jetzt einfach Moral und Licht Damage drauf. Hättest du's denn? Wow! Ja, wo war der Messerkamp? Wo war der Stern? Mach halt so. Stopp. Ich schrei jetzt ab. Ich schreie jetzt ab. Dass du tauntet, hält die halt auf die Trauerung. Sorry, falsch ist Makro, oder? Kann ja mal passieren, kann ja mal vorkommen, hm? I hope you don't. Weiß nicht. Kannst du mir kurz deinen Namen sagen, dass ich das ins Ticket richtig schreiben kann? Amerika. Mit einer Anziehung hab ich ja auf dem Knopf einer Anziehung. Kann ich mal vorkommen? Schreit's einfach alle, wenn ihr wollt, okay? Schreit's einfach alle, wenn ihr wollt. Ich hab jetzt auch Lust wieder gehabt, ich hab mir wieder genommen. Ganz ehrlich, so zornig brauchst du jetzt nicht zu werden. Dann schauen, dass hier hinten die Orks nicht an den Eilern drauf sind. Aber vielleicht nicht mit Zwangsangaben. Mach's Löwen! Willst du mir das sagen, wenn ich dich amnimmt soll? Spam, einfach krieg's Gesang. Spam den Skill mit 20 Sekunden CD. Spam ihn! Jetzt darfst du Horausforderung ziehen. Man sieht ja auch der Schaden stehend. Genau, ein bisschen Damage ist gut. Nehmen wir wieder. Ab dem schon unter 20 Millionen, ja? Ja, er ist bei 15. Feine, wenn du siehst! Ja! Bitte, halbzeit geht das, sag mal. Das ist wie im 6er gestern, wenn er gebetet hat. Also ich find euch alle unsympathisch. Warum pauntest du die ganze Zeit, du Mongo? Alter, lass mir den mal! Ja! Das ist... Da war nichts mehr drauf! Ja! Du sollst aber nicht Feind gedrückt, nicht Charly und nicht Passwort gedrückt. Okay! Okay! Weil du damit deine Gruppe umbringen kannst, nicht weil ich dich trollen will! Okay! Dann warte ich jetzt! Nee, lass euch Zeit! Warte! Tau doch mal! Okay! So, mach... Über wieviel Prozent sind wir? Ich hab keine Prozent lernen! 35! Jetzt nochmal schreien! Paller! Ja! Da gibt's dann fast auch! Das war schon! War schon! Ah fuck! Jetzt, äh... Okay, Overwatch ist da! Ich hab mich babbeln! Ich hab mich babbeln! Ich hab mich babbeln! Ja, ist schon geretzt! Macht sie schon Schaden, oder? Müsst du mich jetzt einmal hochbringen? 10 Sekunden helfen wir noch alles! Ich geh selber kiten! Pallu, du stellst dich jetzt in deine Position! Ich geh aber kiten! Ja, hoffen wir mal kurz! Ich... Ich... Ich bleib wo? Nee, ich bleib da! Wenn ich sterbe, schreiß... Jetzt schreißt du mir ab! Ja, hab mich! Ja, hab mich! Zieh da alles! Zieh da alles! Zieh da alles! Das war ein guter Versuch! Ich... Es war echt gar nicht so scheiße! Mh... Dann wird halt wieder rein mit Dey! Also... Wir werden mehr Schaden machen! Mh... Darf ich kurz verraten, was schlimmer ist als alles andere in der Geschichte der Menschheit? Mh... Ja, der Kieb, Alter! Mh... 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 War gar nicht mal so schlecht! War nur Scheiße! Mh... 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 Ja! Mh... Armeria ist einfach da! Mh... Mh... Makro Esteema bitte! Guck mal呀... Mh, rr... Ahh... Mh... Mh... Nicht nochmal zurückschreien. An meine Fresse. Ja, boah. Jetzt nicht mehr taunten, Alter. Jetzt einfach nicht mehr taunten. Ey, ich mach nichts mehr. Du sagst, wann ich zurückschreien soll. Dazu kam es ein bisschen nicht, weil du immer davor schon geschrien hast. Ja, da. Ich hab gemeint, Ameria sei das. Schaden stimmt, sieht man ja. Ich trauele auch noch. So, jetzt wieder einmal schreien. Ja, habe ich. Jetzt kannst du auch mit Löwenkopf schreien. Na, na, jetzt nimm mal, hab ich wieder. Löwenkopf, Alter. Wir haben unsere Sprache jetzt schon erklärt. Nicht nochmal, Paller. Nicht immer wieder. Warum machst du das? Warum machst du das? Ich hab gemeint, weil du gesagt hast. Ja, 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 ja. Nein. Jetzt schreist noch einmal bitte. Bitte. Okay. Noch einmal nur Waffe setz. Ah, noch gekickt. Jetzt hab ich ihn schon wieder. Alles gut. Also, ich mach nichts. Mal konnten der Inriching-Armer. 25.10. Exakt, oder was? Ja, exakt. Das ist echt gut. Exaktiviert mal. Blitzrunis, jetzt aktiviert den Blitz. Blitzrunis, aktiviert! Ihr sollt jetzt den Knaller zünden. Oh, krass. Kraller, Alter. Du bringst alle zum Wipe mit deinen Scheißrauns. Ich sag's dir nicht. Na, auf zum Taunten, wenn es da keiner sagt. Wenn mein Rest ist. Ja, 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 ja. Gleich halt auf. Jetzt darfst taunen. Wow. Weg, gar nicht mehr. Es geht nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. WTF? Waaan! Bitte hauen sie los. Bitte heul um. Ich taun sie wieder auf die andere Seite. Rechts, die Bruni. Rechts, die Bruni. Bei mir, ich hab n'lag. Ich hab da Scheiße. Ja, ja, ich hab auch gelag, Alter. Ich auch. Waaah, was ist passiert? Ich taune nochmal. Oh, wenn wir jetzt nochmal abdrehen zu mir? Heidi? Nein, nein, ich heul ihn weg. Heidi, Leute. Ich hau nochmal. Ja, fuck. Na, siehst du erfolgreich, die 1-Round. Oh, jeez. Hey, hey, hey. Stell dir jetzt mal vor, wenn wir die Mannschaften... Zum Glück seid ihr nicht meine Freunde. Oh, die sind in den Haus. Oh, Mann. Da habt ihr dir was eingeladen. Aber ich muss sagen, die Aussage ist schon richtig geil. Qua sagt, taunt ihn nicht immer, wenn man es dir nicht sagt. Er sagt, okay, warte mal, ich taunt noch mal. Alter, du weißt nicht. Das war der ärgste Route, den ich hier lebt. Also, ganz ehrlich, können wir festhalten. Easy hat Probleme damit, Agro zu halten. Ja, voll. Ja. Einfach das, weißt. Ja. Ich bin Wächterquo und so, aber da gibt es ja nicht so ein Löwenkopfbild, weißt du? Der Löwenknopf? Löwenkopf? Nein, 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 nein. Es gibt den Löwenknopf. Ja, aber wie ist es der Löwenknopf? Immer wenn der Löwenkopf ist, immer wenn der Löwenkopf in der Buffleiste ist. Der Löwenknopf. Nee, aber der Knopf ist ja an meiner Leiste, Kollege. Der Knopf ist an meiner Leiste, der Löwenkopf buff. Der Löwenknopf löft den Löwen aus. Löwenkopf, der Löwenknopf. Und davon? Und der Hauptmann hat zwei Löwenknöpfe. Der Löwen? Aber die schauen anders aus. Ich drück immer die falschen Skips. Aber never ever kriegt Cenkou jetzt eine Abkette. Oder Paladrox, ich sag's nur, also die kriegst du oder Faderl, Faderl ist nicht bald drin. Also ich sag euch gleich, wenn Paladrox eine Abkette, wie viel krieg's ich? Mit Cenkou und der Abkette, wie viel krieg's easy. Das kann ich in Berlin dasehen, Alter. Alter, ich sag dir einer von denen, ich win's echt. Ja, wie war das mit der 100 gewürfelt? Ja, jetzt ist echt schiss, dass du nicht da bist, weil wir hätten dir so still Loot aber zustecken können. Ja, das ist wahr, ja. Ach, scheiß drauf. Ich hab noch andere Möglichkeiten. Ich glaub, wir werden es noch öfters laufen. Nach der Leistung denkst du, dass dich noch jemand mitnimmt, oder? Ich war nicht dabei. Ich hab gerade Blumen gefahren. Der ist genauso wie du, er vertraust, glaub ich so. Ich bin außerhalb der Inion Pöbel einfach nur. Da kann doch nicht wissen, wer mitfasst. Was ich gerade die ganze Zeit mache. So, wir haben zwei Zertelle, eine Armkette, eine Schrift des Moomax und jo, Crafting-Matz. Alle können einmal würfeln. Go, Cenk. Go, Cenk. Du brauchst eine Armkette, Cenk. Du brauchst eine Armkette, Cenk. Hau raus, komm. Wow, Plugo, Alter. Komm, Cenk, würfeln. Boah, Ameria. Oh, nee, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich kenn mich da gar nicht oft aus. Damage, wenn ich brauchen, okay. Ich sag dir dann schon, was ich nehm, Ameria. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ich sag's dir dann. Alter, bitte nimmst du ihn weg. Bitte nimmst du ihn weg. Palotrox fehlt noch. Für dich. Ja, Polart. Helge? Ja? Willst du mir die Armkette geben? Nja, der hat da zu... Der muss immer ein Ü suchen. Ja, der ist im Quaar irgendwas. Ich dachte, ich darf ihn mal auf. Ja, dann gib mir die Armkette, wenn er noch drin ist. Slash davor, Alter. Slash davor. So, ihr seh ich's. Gut, Ameria, nimmst du die Armkette? Äh, Quaar krieg ich die dann. Außer, es ist ein Tars hier drin, dann nehm ich die. Nee, ich kann. Du, du Arschloch, Alter. Also, ja, du fällst auf deinem Blutplatz und gibst dann Quaar, ja. Genau, ja. Lobo. Oh, das kostet mal wieder. Alter, Alter. Spass. Alter. Alter. Easy ist, finde ich tatsächlich noch was. WTF? Bitte? Können ihn zwar nicht, aber gib dir ruhig mal einen Helm. Komm auf die andere Seite. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du meine Freunde beschenkst. Danke. Das sind deine Freunde? Gib dem Scheißdreck. Schmeiß den Helm weg. Oh je, gleich rausgeladen. So, wer will und jetzt, kann mich jetzt anhandeln für Crafting. So, jetzt kann ich wissen, dass ich hier noch nicht ganz schön k Pharm�에서 lesbuss es ungefähr beheints d Brilliant. Vielen Dank.